Einen schönen guten Tag, YouTube! Daniel, der Dirty, ist mal wieder am Start! Und es geht mal wieder weiter mit... Let's play, Diana Sisters, Twisted Dreams! Ich hab im Level, ich hab ja das Eulennest beendet, und jetzt geht's weiter im HALSBRECHER-Pfad! Werden da vielleicht die Hälse von den Diana Sisters gebrochen? Lassen wir uns mal überraschen! Ich drück einfach mal auf Start und starte das Level! Oder nennen die das nur HALSBRECHER-Pfad, weil er so gefährlich ist? Wir werden es bald erfahren! Und ihr seid wieder mal live dabei! Also, habt Spaß und erfreut euch! Wie es hier jetzt dann gleich zur Sache gehen wird, mit Blondie und Rotter, alias Kanon, Kugelmutti und Pirouetten-Lady, bei mir schön genannt! Wow, das fängt ja schon mal gut an, ey! Ja, das fängt ja schon mal richtig gut an hier! Ja, oh, ich sterb schon wieder gleich! Ja, geil! Hoppala, hoppala, hoppala! Mach's hüpferle! Komm! Da geht's bestimmt hoch! Oder? Hoppala! Ne, okay! Alright! Aber hier geht's hoch! Haha! Klack, klack! Den springen wir mal rüber! Über den Kollegen! Wow! 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 Und dort! Und dort! Ja, so schnell geht es schon doch! Bunny hoppen! Bunny hoppen! Ne! Ja, man sollte halt auf den Aufzug springen! Wow! Scheiße, nicht reagiert! Lol! Das fängt ja auch nochmal geil an, ey! Oh, ist das, ist das geil! Voll fällt, ey! Gleiche Abortfrage! Voll fällt fällt, ey! Wow! Wow! Boah, ne, da muss ich Pirouettenlady nehm, ey! Muss ich Blondie nehm, ey! Muss ich Blondhaar nehm, ey! Muss ich Zwöln, ey! Boah, ist das übelst, ey! Ah! Ah! Boah, was? Alter! Wollt ihr mich töten, oder was? Hier! Nein, das war's! Nein, das war wieder ganz knapp! Boah, ist ja geil! Das level fängt schon mal geil an, ey! Zehnmal gestorben, ist ja geil! Twirli, twirli machen, ey! Und dann muss man länger twirlen! Und hier muss man auch länger twirlen! Und hier müssen wir jetzt hoch twirli, twirli machen! Oh! Upsa! Oh! 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 Was bleibt ihr von mir, ey! Ihr seid doch lieber zurück, ey! Ah! Hallo! Jetzt muss ich Rothaar nehmen! Ah! Nein! Nein! Nicht schon wieder! Sterben! Ja, klar! Die Viecher können im Wasser tauchen! Ja! Mhm! Die Viecher können im Wasser leben, gell! Logisch! Ich! Als Kanonen-Kugel-Mutti sterb! Boah, alter! Das fängt ja geil an, ja! Das Lamm, ey! Nicht mal den ersten Checkpoint erreichen, ey! Ja! Epic fail, ey! Epic fail! Fail! Ja, we fail! We fail! You fail! Game over! Ah, schon wieder reingejumpt! Mann! Was geht denn ab hier, ey? Voller Punk, ey! Scheiß Aufzug, ey! Halt da, falter! Meine Hassstelle, oder? Neue Hassstelle entdeckt in dem Spiel, ey! Jetzt muss ich aber wechseln! Okay, das geht mit Eulie, geht's! Ja, dann machen wir's halt so! Ja, Checkpoint! Oh! Oh! Ja, ein Checkpoint! Ja, dann gucken wir's mal hier oben! Erstmal weiter! Erstmal hier weiter checken hier! Erstmal die Lage fallen! Ein Bunny! Ein... Zwirrlen, okay! Zwirrlen, okay! Leicht! Wechseln auch leicht! Alles machbar, alles machbar, alles easy, alles easy peasy! Aha! Der Pfeil sagt nach oben! Der sagt auch nach oben! Ja, welchen, welchen sollen wir jetzt nehmen? Unten ist der Tod! Unten lauert der Tod! Also, mal bomben wir uns wieder hoch! Nein, nein, nicht! Boah! Boah! Ei, Abgrund! Ich hasse dich! Okay, wir sind tot! Jetzt brauchen wir da nicht nochmal hin! Jetzt haben wir ja alles eingesammelt! Jetzt hofft mal über Spuddy! Ich mach mal Spuddy auch kaputt! Mama kaputt! Ich geh kaputt! So, Bunny, geh kaputt! Und Checkpoint! Juhu, juhu! Juhu, juhu! Juhu, juhu! Schweinebacke! Ehe! Und Pedan! Weilen kaputt machen hier! Wow! Wow! Wies! Wow! 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 Geil! Geiler! Boah! Wow! Voll episch Fällen hier echt! Ist ja grausig! Was ist los, ey? Voll episch Fällen hier machen, ey! Episch gegen die Eule springen! Ja! Ja! Wow! Vorsicht! Mega Diamant! Ich will den Mega Diamant! Ich will den Power Diamant! Den will ich haben! Ich will ihn! Ich brauch ihn! Er ist episch geil! Oh ja! Und ich frag schon wieder! Lalalala! Boah! Hab ich's doch geschafft, ey! Drauf! So! Nein! Nicht in die Eule springen! So! Runter! Jetzt hoch! Ach! Ach! Nein! Nein! Schon wieder Fail hier, ey! Alter! Zu dumm oder was jetzt, ey? Spiel zu spielen? Alter! Was geht denn ab hier, ey? Voll Fail! You fail! You fail again! Waaay! Ich springe in den Topf! Ey! Zwei Jackpoints erreicht und schon 20 Mal gestorben, ey! Geil! Wow! Boah! Das war jetzt aber gerade gelackt hier, ey! Aber ich will den... Ah! Nicht in die Stacheln! Ich will den Mega Diamanten! Mann! Ja! Bitte! Verarsch mich jetzt hier! Ah! Eine Kletterwand! ach ja bitte hoch hoch mit dir hoch mit dir kann und kugel modi war ein springer mega diamanten vorbei schön vorbeigeht wird ja jetzt macht mich das bunny kaputt jawoll ich bin kaputt ich bin kaputt ok jetzt muss ich konzentrieren sie gucken wo der mega diamant ist da ist da ist ich will ich will ich krieg ihn ich krieg ihn mega power diamond diamond juhu ja spring baby und spring hoch in den tod und da war der checkpoint ich bin doch nein nein ein moment so mir ist leider irgendwie die aufnahme gerade irgendwie bei der pause jetzt abgeschmiert deswegen sammle ich jetzt hier einfach noch ein paar diamanten ein wir waren hier bei dem checkpoint war irgendwie stehen geblieben das weiß ich noch jetzt gehen wir mal hier hoch mal gucken was da und so wartet unten war man ja schon also geht ja nur hoch nein sterben also den checkpoint hatten wir genau dann bin ich jetzt nicht weiter oder hatte ich den checkpoint noch nicht naja gut ist egal also das war hier war die wand wo man halt hoch musste da bin ich glaube ich gestorben und dann ist mir das spiel abgekackt irgendwie ein zu früh gewechselt alles mit der mann muss hier wechseln so jetzt nochmal twirli twirli twist und wir tanzen den twist gegen die wand wow zu schnell zu schnell und wieder gestorben juhu und tanzen den twist baby ja tanzen den twist check point juhu aha ein geheimes level links mega diamant ich soll ich da hinkommen muss da muss ich den weg aufgeben nochmal zurück nochmal zurück und sterben egal jetzt muss ich den aufzug dann halt den fahrstuhl nehmen ok da hier war doch nur die die wand zum hinhängen und jetzt geht es in den tod da muss man aber doch irgendwie hinkommen muss gehen hätten sie ja nicht da den mega diamant reingemacht es ist halt schwer da hinzukommen aber wie sagt nach links aber ich kann hier nichts einläschen das ist die scheiß kletterwand wo der aufzug immer hoch und runter fährt da müsst ihr nämlich mit dem aufzug fahren sonst kommt ihr da nicht hin also höher geht es auf keinen fall also höher geht es auf keinen fall alles klar alles paletti mit spagetti wie komme ich da hoch ich werde zu mega diamanten ich werde zu mega diamanten ich werde zu mega diamanten blubber bläschen und dann immer unsere blubber bläschen ich habe das schon voll vergessen mit den scheiß blubber blasen war es war ein episches gemeines level jetzt kommen auch noch wollen jawohl ja schön wenn es war schon wollte ich gerade sagen ja scheiße weg 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 macht schneider meck 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 ich gehe kaputt nein ich gehe nicht kaputt da habe ich den gelben diamanten vergessen nein jetzt macht mich der scheiße jetzt macht mich die scheiße kaputt die doofe wolke ist gemein die ist so gemein ist so fies warum ist sie so fies warum bist du so gemein heute ja und kaputt und tot und tot ja ja das geht schneller als man glaubt in dem spiel ja schön oh schee schöner burghintergrund mal schauen was hier ist auch eine burg nur ein bisschen vertwistet hier in verschiedenen welten der beiden geschwistern alles klar jetzt kommen wieder die eulen weg weg mit dir weg mit dir weg mit dir weg mit dir wow wow ok wuh ok das ging nochmal gut und jetzt muss ich twirlen jetzt muss ich twirli twirli spielen twirli twirli zu mega diamanty diamanty power diamanty und nochmal weil es so schön war ja mega power diamanty what the fuck jetzt gehen wir nochmal den weg weil es so schön war wenn wir wissen was da unten ist wenn wir wollen alle sehen der ganze Level cookie cookie schluck gluck schluck 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 machen blub 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 blubble blub blub blubblbl blubblbl blubblblblblblblbl shadow tego so geht es natürlich auch so kann man auch springen und füpfen machen haa power diamant haa noch eine entdeckte sucht die ich muss ja hier muss die blubber holen ein großer blubber holen